Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt, mit mir gemeinsam die neue Catrice My Little Pony Collection auszuprobieren. Ich habe sie einmal hier und ich möchte mit euch einen Look gemeinsam schminken und einfach mal schauen, was kann die Palette, damit ihr da Bescheid wisst, wie ich sie finde und habe auch den Highlighter hier und habe noch zwei weitere Produkte, also Nagellack und auch hier so ein pH Reacting Stick. Also das möchte ich mit euch jetzt hier in dem Video ausprobieren. Wenn ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, bevor wir jetzt weitermachen, wollte ich euch wie immer darum bitten, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert sehr gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und jetzt würde ich sagen, legen wir auch mal direkt los. So, jetzt einmal die Produkte. Also, ich finde es total süß, als ich das gesehen habe, dass es das geben wird, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich brauche da alles von. Also da gibt es auch noch Pinsel, habe ich gesehen, mit so einem Täschchen, wo auch eben halt diese Grafik drauf ist. Also das ist so goldig gemacht. Ich bin gespannt, was die Produkte können. Also es gibt eine Lidschattenpalette, es gibt einen Highlighter, dann gibt es hier so ein pH Reacting Stick. Das finde ich jetzt nicht so spannend, aber wir gucken uns das trotzdem an und dann gibt es halt noch Nagellack. Da gibt es vier verschiedene Farben. Ich blende euch die Farben mal ein. Ich habe jetzt hier den pinken, aber ich werde den eh nur auf den Füßen benutzen, weil ich ja Shelllack drauf habe. Aber trotzdem, das ist so, so süß. Also das sind so goldige Sachen. Das ist eine Limited Edition, das gibt es nur limitiert. Und ab 6.3. gibt es die Produkte auch bei Purish im Shop. Ich habe die Produkte auch von Purish zugeschickt bekommen und deshalb können wir das jetzt hier auch schon ausprobieren. Ich würde sagen, ich trage mir jetzt erstmal eine Lidschattenbase auf. Jetzt wollt ihr bestimmt die Palette von innen mal sehen. Also von außen ist die wirklich richtig süß. In diesem Mint, total My Little Pony. Also ich glaube, das sind so Original-Grafiken. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Und die ist komplett aus Plastik. Und ich zeige euch jetzt gerade mal, wenn ich es mal aufmache. Also ihr habt einmal einen Spiegel drin und das sind die Farben. Also das sind alles so Pastelltöne. Passt halt auch schon so zu My Little Pony. Wir haben hier Schimmertöne drin und wir haben matte Töne drin. Also das ist schon so eine Frühlingspalette, würde ich sagen. Die ist schon sehr schön, aber nicht so aufregend irgendwie. Mal gucken, was ich finde, Look schminkt. Man hat ja hier mit viele Möglichkeiten. Ich bin sehr gespannt. Ich würde jetzt als allererstes mal in die Farbe Cotton Candy reingehen. Das ist dieser Rosé-Ton. Der sieht auch wirklich Cotton Candy mäßig aus. Ist halt ein matter Ton. Den gebe ich mir erst mal so ein bisschen in die Lidfalte rein. Mal gucken, ob man davon überhaupt was sieht. Der ist wirklich sehr zart. Ich glaube, da kann man ruhig ein bisschen mehr nehmen. Also da sieht man erst mal nicht so viel. Ja, das wäre der Rosé-Ton jetzt erst mal. Also ich finde, man sieht nicht besonders arg viel. Ich mache das auf der anderen Seite auch direkt noch mal. Also wenn man das nur so ganz dezent haben möchte, finde ich, eignet sich das wunderbar, um das einfach so aufs ganze Lid zu geben. Eyeliner gezogen, ein paar schöne Lächels und dann sieht das auch gut aus. Auch in der matten Farbe, finde ich. Jetzt gehe ich in die Farbe Firefly, in dieses Pink rein. Das gebe ich jetzt einfach mal oben drüber. Ich gucke mal, was draus wird. So ist einmal die Pigmentierung. Also die ist jetzt erst mal nicht so stark, würde ich sagen. Mal gucken, wie das hier ist. Das ist ja eher so ein Neon-Pink. Da kommt schon ein bisschen mehr. Ich finde, auch hiermit hat Catrice so eine richtige Sammler-Palette geschaffen. Also das ist so richtig schön. Ich hoffe, dass da auch irgendwann vielleicht noch mal die Moomins oder so kommen. Kennt ihr die Moomins noch? Da würde ich mir so sehr mal eine Lidschatten-Palette, eine Kollektion von wünschen. Aber keiner bringt die raus. Keine Ahnung, wieso. Ja, jetzt habe ich einmal, ihr seht das, dieses Rosa. Ich finde das eigentlich sehr, sehr schön, so mit dem Pink. Jetzt überlege ich, wie ich es mache, was ich mache. Ich glaube, ich gehe jetzt hier in dieses Lila Blossom, heißt die Farbe. Da gehe ich jetzt mal mit einem Lidschattenpinsel rein, so ein bisschen flacheren. Das gebe ich mir mal hinten rein. Das ist ein sehr schönes Flieder-Lila. Das sieht einmal so aus. Und das gebe ich mir jetzt mal hier hinten rein. Also der Flieder-Ton sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Gefällt mir gut. Der ist dezent. Also ich glaube, die Farben werden alle dezent sein. Die werden alle nicht so knallen. Genau, jetzt gebe ich mir einfach mit dem Finger so ein bisschen hier das Windy. Das gebe ich mir jetzt einfach mit dem... Oh, das ist aber schön cremig. Damit habe ich jetzt nicht gleich gedacht, die sind ein bisschen trocken. Also das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ton. Den gebe ich mir jetzt hier einfach so ein bisschen über das Flieder drüber mit dem Finger. Jetzt gehe ich, um noch eine Farbe auszuprobieren, hier oben in dieses Grün rein. Medley heißt die Farbe. Ich teste es einfach mal aus und gebe mir das jetzt auch mal aufs Lid. Das trage ich mir auch mit dem Finger auf. Das sieht einmal so aus. Also so ein richtig schönes pastelliges Grün. Das wird wahrscheinlich auf dem Auge eh nicht so krass rüberkommen. Ne, ich glaube, das kommt nicht so krass raus. Gehe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen mit dem Pinsel rein, um das noch mal zu verstärken. Oh, mein Pinsel, der ist noch hart vom Waschen. Und da habe ich mir jetzt auch noch mal so ein bisschen genommen. Da kann ich das Ganze noch mal so ein bisschen ordentlicher machen. Also ich muss sagen, man bekommt hier mit der Palette auf jeden Fall mein Little Pony Vibes. Also das ist auf jeden Fall gegeben. Jetzt gehe ich mal hier in den Glory rein, in dem hellen Schimmerton. Der sieht einmal so aus sehr eisig und den gebe ich mir mal hier in die Mitte aufs Lid. Der ist auch schön cremig. Gebe ich mir so ein bisschen was in den Innenwinkel. Da gebe ich mir auch die Farbe Glory rein, weil ich glaube, dass die am besten rauskommt. Ganze blende ich mir jetzt hier oben noch mal so ein bisschen mit dem Pinsel aus, den ich zuerst benutzt habe. Jetzt gehe ich mit der Farbe hier unten mit der Moonstone, das ist dieses Blau, gehe ich an den unteren Wimpernkranz. Mal gucken, wie das ausschaut. Das ist ja so ein Glitzer- beziehungsweise ein Schimmerblau, würde ich sagen. Jetzt gehe ich aber noch mal mit einem Pinsel hier in die Blue Bell rein. Das ist ein Babyblau, hellblau. In einem Matt und das werde ich mir jetzt noch mal unten dran geben zum Verblenden. Klopfe ich mir mal ein bisschen ab. Ja, das lässt sich schön ausblenden, sieht auch gut aus. Also ich finde, dass die Farben schon gut auch so auf dem Auge zueinander passen. Also nicht nur in der Palette, sondern auch auf dem Auge. Finde ich, sieht das gut aus, wenn man halt das so erreichen möchte mit den Farben. Ich finde nur lediglich dieses Grün hier vorne. Das kommt nicht ganz so gut raus. Da will ich jetzt noch mal reingehen mit einem Pinsel und will das noch mal so ein bisschen drauf geben. Das ist mir ein bisschen zu wenig hier irgendwie. Dann gehe ich ganz zum Schluss noch mal in die Farbe Glory rein. Und das setze ich mir jetzt noch mal aufs Lid. Also ich will das schön kräftig haben, damit man das halt auch gut wahrnimmt. Finde ich eigentlich ganz schön. Muss man gleich gucken, wenn es fertig ist. Also auf jeden Fall gefällt mir die Palette vorerst gut. Gut, jetzt habe ich hier einmal von Nabla den Cupid Arrow. Den kennt ihr ja von mir schon. Und ich dachte mir, das ist so ein Fliederlila, das passt sehr, sehr gut dazu. Also den werde ich mir jetzt einfach mal hier so ein bisschen an den Wimpernkranz geben. Unten auf beiden Seiten. Ich ziehe mir meinen Eyeliner, mache mir meine Wimpern und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Augen sind einmal fertig. Das würde ich jetzt mal so lassen. Ich finde das Ergebnis auch gut. Also mir gefällt das, wenn man das so pastellig mag. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal den pH-Reacting-Stick an. Der schaut einmal so aus. Ich habe erst gedacht, also als das hier ankam, ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das ein pH-Reacting-Stick ist. Ich dachte, das wäre ein Blush. Und ich mache das auf und denke mir so, hä, was ist das denn? Ein Lippenbalsam? Aber nee, das ist so ein pH-Reacting-Ding. Können wir ja mal auf der Hand erst mal testen. Ich mag diese Dinge eigentlich nicht so gerne. Also man gibt sich das auf und das reagiert dann mit dem pH-Wert von der Haut oder halt auch nicht. Weiß ich nicht. Hier passiert jetzt erst mal nichts. Also man kann sich den dann halt als Blush aufgeben oder halt auf die Lippen. Ja, hier passiert erst mal nur so ganz zart was. Könnt ihr das wahrnehmen? Minimal auf meinem Finger. Auf meinem Finger wird es rosa. Ja, und ich würde sagen, dass ich mir das einfach mal auf die Lippen gebe. Weil auf die Wangen, also würde ich jetzt ungern machen. Das könnte mein Make-Up versauen. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ihr seht, auf der Hand wird es auch rosa. Deshalb, ich gebe mir das jetzt einfach mal auf die Lippen als Lippenbalsam auf. Da ist auf jeden Fall Shea Butter. Ich hatte irgendwas gelesen. Shea Butter ist hier drin und noch irgendein Öl. Fühlt sich sehr pflegend an. Es schmilzt sofort mit der Haut. Und ihr seht es. Meine Lippen leben langsam Farbe an. Ja, hier ist jetzt auch so ein bisschen rosa dran. Ja, finde ich jetzt auch gar nicht so hässlich zu dem Look. Ich finde das immer bei mir hässlich auf den Lippen dieses PH-Zeugs. Ja, gibt es halt auf jeden Fall auch. Hier sind dann lauter diese Ponyköpfe drauf. Das gefällt mir vom Design nicht ganz so gut. Die Pinsel sind übrigens auch so. Habe ich euch ja schon eingeblendet nach dem Nagellack. Ist halt von Catrice ein wunderschöner Pastellton Limited Edition. Sweet Cotton Candy heißt hier die Farbe. Aber wie gesagt, ich trage es mir nett auf. Genau, und dann haben wir noch den Highlighter. Den finde ich besonders süß. Der kommt einmal so. Der sieht so aus. Also es ist so ein bisschen wie Ponyhaar gemacht innen drin, dieses Pressing. Und der ist so ein bisschen Rosé. Roségold. Den swatche ich euch jetzt mal. Ich gehe tatsächlich rein und swatche den. Bin gespannt, wie der sein wird. Ja, der ist halt so Roséfarben. Seht ihr, hier ist immer noch dieses PH-Zeugs. Und den swatche ich euch mal hier neben. Dann könnt ihr das mal sehen. Oh, ich glaube, der ist aber sehr schön. Der spiegelt auch schön. Der ist jetzt auch nicht so krümelig. Der wird schön. Also der ist so metallig. Der ist nicht so ein bisschen, wie nass sieht der so ein bisschen aus. Metallig nass, würde ich sagen. Ist nicht ganz so fein. Aber der ist auch nicht grob. Wisst ihr, wie ich meine? Der ist schön zart und weich. Ich trage mir den mal auf. Wir gucken mal. Ich gehe einfach mal mit einem Pinsel rein. Der staubt so ein bisschen. Hat mir ein bisschen abgeklopft. Aber der passt halt sehr gut zu dem Rest. Also der ist wirklich so ein bisschen kühler. Ja, der ist schon schön. Der ist schon schön. Passt halt auch dazu. Ich bin eher der Typ goldener Highlighter. Aber hierbei passt halt auch so einer gut. Ich würde mir tatsächlich von dem Highlighter noch so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen hier nochmal in den Innercorner reingeben. Einfach nur, damit das nochmal so ein bisschen Rosé wird hier drin. Ja, ihr Lieben, das ist einmal der My Little Pony Look mit der Palette. Wie findet ihr ihn? Wie findet ihr das Gesamtergebnis? Also ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl. Ich finde das schön. Ich habe gedacht, es ist eher so ein bisschen mehr kitschig. Und ich fühle mich ein bisschen mehr kitschig. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich finde es schön. Auch für den Alltag kann man hier schöne Looks, glaube ich, mitschminken. Ich habe jetzt versucht, so viele Farben wie möglich zu verwenden, damit ihr seht, was man für einen Look damit schminken könnte. Also ich finde das auch so ganz schön mit dem Blau unten, dem Rosa oben und dem Grün oben. Kann man natürlich ganz beliebig machen, wie man möchte. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr süß. Ihr habt jetzt die Palette in Action gesehen, ihr habt die Swatches gesehen. Und dann habt ihr vielleicht eher eine Ahnung, ob ihr die Kollektion kaufen wollt und hinterher rennen wollt, weil ich glaube, die wird sehr schnell ausverkauft sein. Oder ob ihr sie halt nicht braucht. Ob das nichts für euch ist, so habt ihr ein bisschen was gesehen. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein wenig weiterhelfen. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr euch die holen wollt oder eher nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, da spaltet sich das Ganze so ein bisschen. Und ich glaube aber, die Hardcore-Sammler, die brauchen das auch unbedingt. Vielen Dank an Purish für die Zusendung dieser Produkte. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Nicole. Tschüss, eure Nicole.